ARD Text im Auftrag von Funk 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 Baby, der Sand. Ja, der Sand, genau der. Baby, wie war das? Wie soll ich sterben? Achja, was ist das? Bist du behindert? Da können wir nicht drin schlafen. Bist du behindert? Da können wir nicht drin schlafen, Ben, das geht nicht. Der hält an der Decke nicht. Das ist so niedrig. Sonst kommen doch oben die Motten rein. Ja, geht schon. Oh gut, jetzt haben wir noch eine Hintertür. Alter, was ist das? Das ist das Fenster. Was ist das? Was ist das? Eigentlich richtig gut geworden. Was hast du gemacht? Oh nein, hör auf, du machst das kaputt. Die Löcher. Aber was ich nicht verstehe. Erst bauen wir unten eine Höhle. Und dann bauen wir hier oben auf der freien Fläche ein wunderschönes Haus. Ja, wunderschön ist dann halt Ansichtssache. Also ich finde das jetzt... Ist ja auch egal. Pass auf, Ben. Dieser, dieser... Dieser Baustier allein, das ist... Ja, schon was Besonderes. Das ist Zukunftsmusik jedenfalls. Mit Weizen mache ich die Felder. Ja. Nein, nicht so. Nein. Nimm das Werkzeug, was ich dir gegeben habe. Steinhacke. Ja. Eine Steinhacke. Eine Ste... Ja. Ja. Die meinte ich doch. Achso. Okay, jetzt machen wir da mit Rechtsklick. Auf den Boden. So und jetzt kannst du mit... Nochmal Rechtsklick mit den Weizenkörnern. Auf das Ding. Ja. Oh. Jetzt wächst's. Also mein Freund, okay. Ich lass dich mal hier hinten ein bisschen was in Ruhe. Ah. Die Felder verschwinden. Wie die Felder verschwinden. Warte mal, ich komm mal gucken. Ich arbeite mich schon schön vor. Was machst du? Da entstehen Löcher. Wieder entstehen Löcher. Was machst du? Ben. Der Löwe verteidigt seine Nase mit Brille. Ah. Ah. Ben. Ben. Ben, hör auf. Pass auf. Wenn du hier drauf springst, geht das kaputt. Siehst du das? Wenn ich mit der Steinhake das nacharbeite, dann geht's. Ja. Ja, dann mach das doch.